Das Verhältnis zwischen Hof und Bayreuth, das ist wie in einer Ehe. Beide Traditionsvereine, die kennen sich schon ewig, sie schätzen sich und manchmal, da kracht es auch so richtig zwischen den beiden. Gestern, da haben sie gegeneinander gespielt, ja und alle waren gespannt, wie das wohl ausgeht, wenn der Ex mit dem neuen Verein auf den alten trifft. Denn beide Trainer haben jeweils schon für die Gegenseite gearbeitet. Charlie Hilpert. Ja, irgendwie war dieses Oberfranken-Derby auch ein Duell der Trainer. Beide haben den Gegner selbst schon einmal trainiert, kennen sich aus dem FF, von daher war es kein Spiel wie jedes andere. Wir dürfen uns jetzt bis zum Winter, wir haben jetzt noch vier Spiele, überhaupt keine Schwäche mehr erlauben. Und ich glaube, heute, das habe ich auch gesagt, ist mit Sicherheit das schwerste Auswärtsspiel, das wir in der ganzen Runde hatten. Sprachsund ging davon, um die Seinen abermals ins Gebet zu nehmen und auch Armin Eck kam nochmal ins Grübeln. Man kann natürlich die Vergangenheit auch nicht rausdrücken, das ist ganz normal und das spielt natürlich im Kopf auch eine Rolle, auch wenn wir Trainer natürlich versuchen, uns auf unsere Sache zu konzentrieren, auf die Mannschaft, auf den Gegner. Und letztendlich natürlich versuchen, uns so die Mannschaft einzustellen, damit wir gewinnen können. Aber so ganz wegdrücken lässt sich das natürlich nicht. Und Hof ganz in Gelb spielend von Beginn an hellwach. Die bessere Mannschaft beim Betrachten der Partie kam überhaupt nie der Eindruck auf, dass hier der Tabellenfünfzehnte gegen den Tabellenvierten spielte. Eine klasse Begegnung. Wuster gegen Gaschi. Die Hofer in der Anfangsphase kaum zu bremsen, ließen Bayreuth wenig Luft. Norbert Schlegels Aussage bestätigt, keine leichte Aufgabe für seine Truppe. Aber Florian Schmidt im Bayreuther Kasten gestern fehlerfrei. Nach einer Viertelstunde Bayreuth mit ersten Aktionen Richtung Hofer Strafraum. Rubi erstmals geprüft von Seufert. Knapp 2000 Zuschauer im Stadion zur Grünenau. Die schönste Szene der Bayreuther in der 16. Minute. Heckenberger sieht Marcel Meier, aber der Bayreuther Kapitän scheitert an der Hofer Abbrüche. Schönes Spiel auch in der Folge. Tolle Werbung für die Bayern Liga, dieses Oberfranken Derby. Hohes Tempo, weiter kein Klassenunterschied erkennbar und immer wieder Torchancen. Stefan Seufert sieht Markus Fuchs. Vier Tore bislang macht er sein fünftes. Rubi, Endstation. Die Hofer nur Minuten später mit der größten Chance in Führung zu gehen. René Schmidt sieht, dass Dominik Wallach freisteht. Der hat das Tor schon auf dem Schlappen, aber der Pfosten rettet die Bayreuther vor dem Rückstand. Damit der Chancen nicht genug, was fehlte, waren die Tore in diesem Spiel. Rubi im Hoferkasten gegen die Sonne. Ein paar Mal glänzend aufgelegt. Immer wieder Applaus für die Torhüter, auch in der 38. Minute. Das Glück des Tüchtigen bei den Hofern. Letzte Chance vor dem Seitenwechsel für die Hausherren. Florian Schmidt vor René Schild. 0 zu 0 zur Pause nach 5, 6. Wirklich guten Chancen für beide Mannschaften. Und die gelben Hofer gleich nach Wiederanpfiff wieder mit viel Druck unterwegs. Gaschi ist das wieder. Zieht ab diesmal mit links. Und Florian Schmidt erneut. Starke Leistung des Bayreuther Schlussmanns. Der Hofer-Führungstreffer lag ein paar Mal in der Luft. Wieder Gaschi gegen Marcel Meier. Und da forderten die Hofer einen Strafstoß. Armin Eck hätte bestimmt gern die Zeitlupe gesehen. Da haben wir sie. Meiers rechter Arm ist verdeckt. Aber alles, was passiert, passiert außerhalb des Strafraums. Richtige Entscheidung. Kein Elfer. Der Freistoß brachte nichts ein. Und dann der letzte Schuss aufs Hofer-Tor. Und dann war Schluss in Oberfranken. Torloses Unentschieden und ein gerechtes Ergebnis. Findet auch ein Bayreuther Urgestein. Unter dem Stich muss man jetzt mit dem 0 zu 0 zufrieden sein. Auch die Hofer haben ihre Möglichkeiten gehabt. Und beide Mannschaften haben eigentlich unter dem schlechten Platzverhältnis gelitten. Denn es ist nicht besonders gut hier drauf, Fußball zu spielen. Deswegen muss man eigentlich sagen, das Unentschieden ist okay. Und für eine Trainerfreundschaft wie zwischen Armin Eck und Norbert Schlegel war es genau das richtige Ergebnis.